Oh nein! Da kommen sie, die Bösen! Die bösen ETs! Oh nein! Und ich kann nichts mehr für ihn tun! Oh nein! Oh nein! Leer, dass du gar nicht springen! So! Und auch hier lang! Feuer, Feuer, Feuer! Heiß, heiß! Dunkel habe ich hier auch eine Taschenlampe! Zack! Aber ich habe erstmal keine Knarre! Ich stand, dass wir mir einfach eine in die Hand drücken! Da sind die bösen Aliens! Da sind sie! Ja! Auf den Fersen! Hey, nicht auf mich schießen! Wir werden alle sterben! Ich will aber nicht sterben! So alt bin ich auch noch nicht! Verdammt! Äh! Hier muss ich lang! Mein Gott! Habe die Taschenlampe an! Oh! Was soll das? Ich habe keine Waffe! Das ist gemein! Ja! Ich brauche was zum Ballern! Dort ist es! Ja! Mach sie fertig! Mach sie fertig! Gebt ihnen die Taschen! Ja! Der Käpt'n braucht sie dringend auf der Brücke! Folgen Sie mir! Ja, dann komm! Dann mach mal! Beweg dich! Beweg dich! Oh! Lauter kranke Menschen! Oh! 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 So! Hier lang und da lang! Käpt'n Kies wartet auf uns, Sir! Ja! Ah! Sehr schön! Sehr schön! Ja! Wunderbar! Mhm! Ja! Ihr seid auch fleißig! Sehr schön! Ja! So muss das sein! Ne? Äh! Ja! Das ist aber nicht der Käpt'n! Ja! Du stehst ja auch nur einfach so rum! Ja! Stehst einfach nur im Weg! Jetzt gucken wir mal! Oh! Schön! Und da! Wunderbar! Da vorne steht der Käpt'n! Oh! Haben die hier schöne Sitzplätze? Ja! Schöne Aussichten! Ja! Wunderbar! Und da ist der Käpt'n! Das bin ich! Käpt'n Kies! Schön, Sie zu sehen, Master Chief! Es sieht nicht gut aus! Cortana hat alles gegeben! Wir hatten keine echte Chance! Ein Dutzend überlegene Kamenschiffe gegen nur einen Halcyon-Kräuter! Unter den Umständen reichen drei... Okay, vier Treffer! Gut geschlafen? Nicht durch Ihre Fahrweise! Haben Sie mich vermisst? Bericht! Es muss eines der Enter-Kommandos gewesen sein! Schätze Antimaterieladung! Ma'am! Feuerleitsystem der Hauptkanone ist offline! Käpt'n, die Kanone war meine letzte Angriffsoption! Na gut! Neuer Befehl! Kohl-Protokoll Artikel 2! Wir verlassen die Orten! Das geht auch für Sie, Cortana! Und Sie? Gehen Sie mit dem Schiff runter? Sozusagen! Das Objekt, das wir fanden! Ich versuche, drauf zu landen! Mit Verlaub, Sir! Es gibt schon zu viele tote Helden! Ihre Sorge ist rührend, Cortana! Aber ich kann nicht anders! Das Protokoll ist klar! Vernichtung oder Gefangennahme einer künstlichen Intelligenz ist inakzeptabel! Also verlassen Sie das Schiff! Erfassen Sie einige Notfall-LZs, laden Sie sie in mein Neuralnetz und machen Sie sich auf einen rauen Transfer gefasst! Aye, Aye, Sir! Hier kommen Sie ins Spiel, Chief! Bringen Sie Cortana vom Schiff! Schützen Sie sie vom Feind! Wenn Sie sie kriegen, haben Sie alles! Einsatz der Streitkräfte, Waffenforschung! Die Erde! Ich verstehe! Die Ortem wird Ausweichmanöver durchführen, bis Sie die Landung einleiten! Es wird Sie nicht kümmern, aber ich rate dazu, dass meine Routinen den Endanflug steuern! Gute Arbeit, Cortana! Danke! Sind Sie bereit? Nur zu! Viel Glück, Master Chief! Hm, Ihre Architektur und die der Ortem ähneln sich sehr! Kommen Sie nicht auf komische Ideen! Ist nicht geladen, mein Sohn! Munition musst du dir unterwegs suchen! Warum ist die nicht geladen? Was soll das? Was soll ich denn mit einer Waffe ohne Munition? Wer denkt sich denn sofort aus? Mann! Ich brauch ne Waffe! Mann! Mann! Ah! Da ist sie ja! Ja! So! So ist besser! Die Marines könnten Hilfe brauchen, Chief! Tun Sie ihr Bestes! Ich hab ihn! Ich bin zuerst gesehen! Das ist Selbstmord! Yeah! Ja! Ich bin zuerst gesehen! Gefechtskriebs auf Deck 7 und 8! Zur sekundären Verteidigungsstellung zurückziehen! Kriegst du ihn? Ich bin zuerst! Ich bin zuerst! Ich bin zuerst! Ich bin zuerst! Feuerschutz! Gefechtskriebs auf Deck 7 und 8! Ja! Äh, ja! Mit Nachladen! Weg! Ja, das hab ich alles so eingestellt! Ihr könntet ja, glaub ich, auch selber gut lesen! Deswegen versuche ich jetzt gar nicht, das vorzulesen! So! Okay! Okay! Vorsicht! Können Sie überall sein! Ja! 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 Hoppelhäschen! So! Äh, ja! Gehen wir mal hier lang! Und hier! Ja! So! So! Wow! Er ist größer als ich dachte! Zum Teufel! Hat uns da gerade was getroffen! Tempo! Zurück zur Luftschleuse! Gefechtskriebs auf Deck 5 bis 9! Zur sekundären Verhaltungsstellung! Oh mein Gott! Ist das alles... Ja! Ey, das war... Waaaa! Ja, Baby! Verrecken! Bösen Aliens! Oh, ist da noch einer! So! Hier, die kann man auch aufnehmen! Sie benutzen die Luftschleusende Rettungskapseln, um Ihre Schiffe anzudocken! Wir setzen uns ab und Sie gehen rein! Gar nicht dumm! Ja! Gehen Sie voraus, Chief! Wir sichern diese Schleuse! Erstmal die Licht ein bisschen hier anmachen, damit man ihn auch verzieht! Yeah! Das sind meine Kumpels! Oh!